Das kostet alles so viel. 13.000 für den verkackten neuen Helm, ey. Ist ja schlimm. Was gibt es hier? Was gibt es hier? Truppverbesserung. Ein zusätzlicher Befehlspunkt. Okay. Was das auch immer bedeutet. Aber wie kann ich auf den hier bitte schön wechseln? Das muss doch irgendwie gehen. Ja, also ich mach bereit. Ich kann halt nur mit meinem Infanteristen kämpfen. Mehr hab ich nicht. Keine Ahnung warum. Nachrichten, Benachrichtigungen. Nö. Ja, mal gespannt. Ja. 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 so 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 ich habe das Gefühl heute spielen nicht so viele, aber die Schlachtssuche länger dauert das und ich bin gerade in den Einstellungen drin, mich verwundert es dass dort der englisch und amerikanisch steht obwohl ich alles auf deutsch habe oh ein Punkt erobern und halten sie das Ziel, schalten sie alle feindlichen Soldaten aus Oh guck mal, Sniper wird angezeigt, Depot von Summary. Wo wird denn ein Sniper angezeigt? Na du hast doch oben einnehmen und halten, Depot von Summary stehen. Genau. Und das Bild allgemein ist bei mir ein Sniper. Bei mir nicht. Bei mir ist das Bild zwei Seiten auf einen Sternzug. Hey das Hintergrundbild? Nein, das ist bei mir ein Sniper. Die zwei Pfeile auf dem Sternzug stehen bei mir auch daneben. Naja. Tü tü tü. Also da fehlt noch das Hintergrund. Du legst schon wieder. Hey ich bin Platz 1. Ich reg nicht mehr. ich habe videobeweis ich bin auf 0 1 unter mir ist reborn dann golden area und dann auf platz vier erst der daco richtigerweise bei diesen anglängsten bist du wirklich immer vorne bei der mittelspäteren bin ich dann immer vorne 10 10 gucken ob noch welche dazu kommen aber mich verwundert dass auch die gegner die haben so einen schlechten pin und gewinnt trotzdem immer seltsam du hast bei mir auch nur drei balken ich bin bei mir voll bei mir sind es nur drei ich habe vier volle balken und dieser golden harry hat nur zwei bei mir auch welche seite sind wir ernsthaft jetzt bin ich dieser komische habe ich meine waffe gewechselt auch nicht dieses teil hier schon wieder eiko bist du ich muss mitfahren ich habe kein panzer ich bin zu fuß ich bin hinter dir im übrigen aber mit der maschinenpistole komme ich jetzt besser klar irgendwie auch wenn die keine aufwertung hat ich habe doch gesehen dass hier einer lang kommen wollte wo ist der lustige ist ich habe eine maschinenpistole aber unten in der hotbar wird mir das karabiner angezeigt irgendwas hat das spiel heute ich schleiche mich mal wieder an der feinde an die haben auf jeden fall einen snipe auf ihrer seite oh fuck ich bin tot wo kam der her scheiße da ist doch jemand lang gelaufen die haben mehrere snipe auf ihrer seite das ist ja mal scheiße was ich schieße ein ganzes magazin auf den und der fällt nicht um das kann doch nicht wahr sein der bespringt auch seine mutter jenen abend boah scheiße erbt die haben sniper und was für welche wir haben zwei drei stück auf ihrer seite ja also ja fick dich du kleiner kleines mutter kind ich versuche die mal zu umrennen ich hoffe mal dass ich die sniper kriege aber die runde ist okay wieder rum was ist mir hier los ja klar der kämpfte ab dieses arsch gesicht da ist so eine palisade und der hat ein gegner hat sich dahinter die palisade um die ecken ich bin so schlecht ich habe nur vier kills schau dir mal den ersten an 16 kills ich mag das spiel langsam nicht mehr zumindest diesen eben dreckigen spieler es ist gleich zu ende oh red army man ey leck mich genau den hasse ich auch ja der ist oben auf dem turm mit meinem g ok ey 4 zu 4 schlechteste bilanz ever zwei sterben hab ich auch schon gegeben alter ne langsam macht das echt keinen fun mehr das kann doch nicht wahr sein Ach, die hat die miss... Mal reparieren. Ach du Scheiße, ey. Nee, ich hol sie mir nicht. Ja.